So, Herzlich Willkommen, neues Video auf dem SaanamTV. Und zwar bin ich heute noch am Friedrichsthaler Bahnhof, weil ich vor einem halben Jahr schon ein Video gedreht habe und es hat schon ganz schön übel ausgesehen. Und jetzt gucke ich mir das Ganze nochmal von vorne an, wie es jetzt aussieht. Und soweit mir bekannt ist, diese Location bin ich schon seit 90 Jahren los. Also ich denke weit, so 25 Jahre, schätze ich, dass die gut dort gelöst ist. So, und dann viel Spaß mit dem Video. Ja, da sind schon die Dachgarbe. Naja, die sehen auch schon ziemlich übel aus. Ja, da sind die Dachgarbe. Ja, da sind die Dachgarbe. Ja, das ist das Eingangsportal. Seit 2019 gesperrt. Die Endsturzgefahr. Ja, da ist auch alles kaputt. Ui, 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 ui. Nee, lieber Mann. Sieht die gut aus. Total abgerockt und kaputt. Das ist für alles verformt. Wie ist es? Nee, ist es nee. Das, das, das wehnt schon, das ganze Holze schon Welle macht. Ui, 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 ui. Na, die Hütte ist durch. Ja, da hängt das ganze Dach. Das hängt schon in der Weihra 8. Oje, und du, überall ist ein Lecher im Dach. Also wie das da aussieht, der Bahnhof, so verfallen, so vergammelt, unglaublich. Ach du lieber Gott, das hat eine ganz schöne Hau noch mal ab, Gott. Mein Gott, also, das ist unfassbar. Leute, schaut euch das an, wie das da aussieht. Das kann man nicht glauben. Schrandenfleck. Ja, da ist schon das Dach kaputt. Na, wer hängt die Kante runter, als er mal Kind meint, der hätte gerafft dran rumgenacht. So sieht das aus. Unglaublich, unglaublich. Unglaublich, unglaublich. Sollte Das war's für heute. Allein die schöne Dachgeräufe, solche Abrundungen, das Lied war fast kaum. Ja, da geh ich mit Grafit auf, was er wird. Na, da wachsen noch ein Bäumchen am Fenster. Total sehr fest. Unfassbar. So Leute, so zum Thema Bahnhof, Volkskristerei. Es sieht wirklich übel aus und so wie das Ganze dort aussieht, stark verfallen und verfällt und verfällt immer weiter. Und die Welt mir bekannt ist, ist das selbe. 9 Jahre ist was los. Ich schätze so um die 25 Uhr mindestens. So Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Daumen nicht vergessen. Abo nicht vergessen. Bleiben munter, fit und gesund und haut rein. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.